Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Herzlich willkommen zum Video Geometrie. Teil 16 Das Thema des Videos lautet Seiten und Winkel im Dreieck. Ihr könnt euch sicher noch daran erinnern, wie wir Seiten und Winkel in verschiedenen Dreiecken besprochen haben. Heute wollen wir überprüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Längen der Seiten im Dreieck und den entsprechenden gegenüberliegenden Winkeln gibt. Schauen wir zum Beispiel dieses Dreieck oder dieses oder auch vielleicht dieses. Es sind alles verschiedene Dreiecke. Sie sind nicht deckungsgleich. nicht kongruent. Wir wollen sie nun untersuchen. Zunächst bezeichnen wir dafür die Eckpunkte dieser drei Dreiecke jeweils mit den Großbuchstaben A, B und C. Die jeweils gegenüberliegenden Seiten werden mit den Kleinbuchstaben A, B und C bezeichnet. Die Winkel bei den Eckpunkten A, B und C heißen Alpha, Beta und Gamma. Die Bezeichnungen für die Eckpunkte kann ich nun weglöschen, denn wir brauchen sie für unsere Untersuchungen nicht mehr. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung Zuhause www.sofatutor.com